Hallo Leute, mein Name ist Larry Gary, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich habe mir was Besonderes überlegt zu Minecraft, um das Ganze mal wieder ein bisschen aufzupeppen. Und zwar veranstalten wir eine Art Build Battle, eine Art Build Challenge. Wer baut was Schöneres, wer baut das Schönste, wie auch immer. Aber, ja, da das aber viel zu einfach wäre und schon viel zu oft vorkam und ganz innovationslos ist, habe ich absolut jede ID, die es in Minecraft gibt, auf ein einzelnes Los geschrieben, in meine Losbox getan und kräftig geschüttelt. Das werden wir gleich auch nochmal tun. Ausgenommen hiervon sind Dinge wie Rüstung, Schwerter, Redstone-Verbindung, Tränke und weiß der Geier, Dinge, die man halt höchstens im Bilderrahmen hätte anbringen können. So, das hat keinen Sinn gemacht, dachte ich, wenn das ja die richtige Arschkarte ist. Das wollen wir nicht. So, ich schüttel nochmal. Ich schüttel nochmal kräftig. So Leute, wir schreiten voran zur Ziehung, zum spannenden Teil, damit das Ganze hier ein bisschen heißer wird. So, und zwar 251,14. Alles mit 15 Skins ist in der Regel so gefärbte Wolle, gefärbtes Glas oder so. Könnte ein guter Treffer sein. Schauen wir mal weiter. 216, keine Ahnung, was das wohl sein mag. 146, wir werden sehen, was das für eine gute Mischung gibt, eine gute Palette. 324, aber ganz am Ende fast. Also eine hohe Zahl zumindest. 245. 5 haben wir schon, nicht mehr lange. Da hat eins einen Abflug gemacht, das soll uns nicht stören. 35, 2. Zweite Skin von 35. 159, 5. Der fünfte Skin von 159. Wir haben 3, 6, 7 haben wir schon. Drei Stück noch. Ich bin gespannt. 41. Noch 2. Oh, da ist wieder eins rausgeflogen, das wollen wir nicht. 102. So Leute, ich habe gerade mal nachgeschaut, die Minecraft-Leiste fasst nur 9 Plätze und genau deswegen knicken wir uns einfach den letzten, den brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist ja eine bunte Auswahl geworden. Rot, lila, gold, grün und ein paar andere Dinge, hallelujah. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll, spontan, aber ich habe ja noch Zeit. Dienstagabend gibt es das Video auf diesem Channel, was daraus geworden ist, aus der Ziehung und aus den... neuen Blogs, wir werden es sehen. Ich finde das eine schöne Challenge, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo und aktiviert die Glocke, ich würde mich freuen. Euer Larry Gary, bis Dienstag oder vielleicht schon eher, haut rein.